Insgesamt 82 Orgel-Korall-Vorspielen begegnen wir in einem Manuskript, das im 18. Jahrhundert genannt, die Neumeistersammlung. Die Sammlung war lange Zeit unbekannt geblieben und landete nach mehrfachem Besitzerwechsel eines Tages in der Yale University. Dort wurde sie 1984 entdeckt. Besonders spannend, 31 Werke darin wurden Johann Sebastian Bach zugeschrieben. Eine echte Sensation. Das folgende etwa dreiminütige Werk, Bach-Werkverzeichnis 1094, stammt aus dieser Sammlung. Es ist hochmeditativ und tief traurig, besingt es doch die Gestalt des gemarterten Jesus. O Jesu, wie ist dein Gestalt den Marter hoch und mannigfallt mit Wunden tief verheeret. Die Choralmelodie liegt im Sopran und wird mit zwei Manualstimmen bzw. der Bass- oder Pedalstimme harmonisch untermalt. Die Melodie geht zurück auf Melchior Franke, ein Komponist des 16. Jahrhunderts. In der folgenden Einspielung aus dem Jahr 2021 ist zur leichteren Orientierung die Choralstimme in der mitlaufenden Partitur rot eingefärbt. Die Choralstyre ist ein Komponist des 17. Jahrhunderts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020